Dankbarkeit, das ist die Essenz des Herzens. In diesem Sinne möchte ich mal ganz herzlichen Dank an meine liebe Liesen sagen und ich bin auch dankbar dafür, dass wir jetzt dieses geniale Jahres-Luxus-Geldcoating-Programm haben. Das ist ein absoluter Traum, weil ich einfach weiß, es ist noch viel mehr möglich und nicht nur eine Vorstellung, eine Idee, die sich vielleicht irgendwann einmal realisieren lässt. Vor zwei Jahren habe ich die Frage gestellt im Kurs, beziehungsweise wir wurden gefragt, was wir denn gerne haben möchten und mein Wunsch war einfach, ja, Leben am Meer und ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt sehen kann, wenn man hier vorguckt und wir, ja, auf der Terrasse rausschauen, da sehen wir das Meer und haben jetzt die Möglichkeit innerhalb von Palmsbluten dort zu sein. Die helligsten, wie es auch hier gerade seht, die hellsten Sonnenuntergänge zu erleben und einfach mitten im Oktober noch tagsüber 28 Grad zu haben, abends 16, 17 und das ist so genial, das ist so nährend für mich. Ja, und ich bin echt so dankbar, dass ich jetzt auch wieder nochmal so ein Next Step, nochmal so ein, ja, was Neues in Angriff nehmen, weil ich mir noch größere Ziele gestellt haben, noch mehr Fragen gestellt haben und ich bin jetzt zusammen mit meinem Mann im Jahres-Luxus-Geld-Coaching-Programm bei Liesen dabei und ja, wir möchten noch mehr unsere Träume verwirklichen und ich kann nur jedem empfehlen, der noch mit dem Gedankenspiel nach mehr zu fragen, ja, der einfach auch gerne vielleicht noch so ein bisschen so eine Unterstützung, so Hand in Hand Begleitung haben wollen. Wir sind eine fantastisch geniale Gruppe von 65 Leuten, die sich committed haben, also dieses verpflichtet, die gesagt haben, ja, ich bin bereit, ich gebe 100%, ich möchte mehr haben und was wir hier in dieser Gruppe erleben, das ist auch da wieder so dankbar, also ich bin da wirklich so, ja, das ist in Worten kaum zu beschreiben, wie sich die Leute gegenseitig inspirieren, was da passiert, dass auf einmal bei Teilnehmern berichten, wie Geld zu ihnen kommt, auf welche unterschiedlichsten, genialsten Arten und Weise, welche Geschenke, welche Gewinne und vor allen Dingen ja auch, dass mehr Kunden angezogen werden. Also es ist echt so ein, wow, so was Wunderschönes und ich danke dir, Liesen, von ganzem Herzen, dass du ein Jahr lang mit uns den Weg gehst und ich danke der Gruppe, weil wir sind so viele fantastische Menschen mit dabei und falls du noch Lust hast, wir haben noch ein paar Tage Zeit, wir können, oder diesen nimmt noch circa zwei Wochen, also bis Ende Oktober kannst du noch mit dabei sein und mach es für dich, weil du, ja, noch mehr haben möchtest, weil du in einem Jahr ganz woanders stehen möchtest, wo du jetzt stehst und ich bin gespannt, wo ich in einem Jahr mit meinem Mann stehen werde und ja, und vielleicht fühlst du dich angesprochen, inspiriert, motiviert, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, nur zu, kannst du sie gerne an mich stellen oder an Liesen, wie auch immer und es gibt auch ganz viele Informationen dazu, aber scheu dich nicht, frag einfach und wir freuen uns auf dich in diesem Sinn, dickes Bussi und vielleicht bis ganz bald in dieser phänomenalen, genialen Gruppe.